Musik Wenn ich euch jetzt schlage, wird die Queen mich bestimmt belohnen. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu Pokémon Colosseum. So, ja wir haben das letzte Mal zwar unten in der Kanalisation aufgehört, aber, oder haben wir dort aufgehört, bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall haben wir schon mal runter geschaut gehabt in die Kanalisation, dort gab es allerdings nicht viel zu holen. Und, beziehungsweise was heißt, dort gab es nicht viel zu holen, dort gibt es schon einiges zu holen. Aber, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal weiter hier oben in der Höhle um, denn in der Kanalisation, dort werden wir letzten Endes dann, glaube ich, auch das Ende dieses Verstecks finden. Und deswegen wäre es, denke ich, am cleversten, wenn wir jetzt erstmal hier weitermachen. So, jetzt bin ich aber erstmal gespannt, ob der hier tatsächlich auch einen Krypto-Pokémon mit am Start hat. Können wir nämlich gut vorstellen, dass da wieder mal eins mit dabei ist. So, dieses Flomel, hoffentlich machen wir's. Okay, Mantax geht in den Furio-Modus. Ja, ist jetzt so nicht unbedingt geplant gewesen, aber hey. Was soll der Geiz? Oh, Flomel kann Stamper. Ja, zum Glück ist Flomel jetzt nicht so stark. Ansonsten hätte der Stamper, glaube ich, schon ordentlich Schaden gemacht. So, Mantax muss ich erstmal aus dem Furio-Modus rausholen. Und wir plätten Flomel dann an der Stelle. Mantax müsste dann demnächst auch die nächste Attacke erlernen. Was mich an der Stelle mal so ein bisschen interessieren würde, was haltet ihr eigentlich von Mantax? Ihr hattet ja schon, glaube ich, relativ ausführlich gesagt, was ich von Mantax halte. Echt eine coole Kombination, finde ich, auch mit dem Boden... Ne, Boden vor allem. Mit dem Wasserflug-Typ. Und wie gesagt, Mantax bekommst du halt auch in den Editionen insgesamt nicht so häufig. Und das ist halt auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich für Mantax in der... Na, es ist ja keine Edition, aber in diesem Spiel entschieden habe. So, Gummels kriegen wir, glaube ich, nicht platt. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn Mantax wieder in den Furio-Modus gegangen wäre. Gut, wäre jetzt auch nicht weiter schlimm gewesen. Ich meine, Gummels haben mir so oder so nicht platt bekommen. Und ich hätte zumindest noch ein bisschen weiter den Balken leeren können. Aber ey, was soll's. Was soll's. Machen wir weiter. Ich glaube im Übrigen, den Weg, den ich gerade eingeschlagen habe... Ich kann das euch ja gleich zeigen, wo ich tatsächlich gerade bin. Weil den letzten Part habe ich halt dann beendet. Und dann bin ich zur Speicherstation gegangen. In diesem Kryptolager, wo wir am Anfang reingekommen sind nach dem Sieg. Im Kolosseum. Und deswegen wusste ich jetzt gerade auch nicht so ganz, wo ich aufgehört habe. Ich mache halt meistens so eine Aufnahmesession, wo ich drei Folgen hintereinander aufnehme. Und... Ja, deswegen bin ich jetzt einfach hier reingegangen in das Versteck. Und habe überlegt, ja, wo gehst du jetzt mal am dümmsten lang? Vielleicht hier? Ja, probier's mal hier. Und bin da jetzt quasi hier in diese Richtung gegangen. Einfach um zu schauen, wie weit geht der Weg hier noch. Von wegen Belohnung bestrafen wird man mich. Auf jeden Fall hatte der schon mal kein Krypto-Pokémon. Der Wolfgang. Ich werde ganz einfach so tun, als wären wir uns nie begegnet. Ja, wir hätten, glaube ich, sogar relativ easy an dem vorbeischleichen können. Hier geht's im Übrigen runter zur Kanalisation, wo wir ja beim letzten Mal waren. Und hier bin ich dann quasi nach rechts gelaufen. Ja, hier gibt's letzten Endes nur ein Item. Hyperheiler. Nehme ich natürlich mit. Meistens sind in den Boxen nicht nur ein Item drin. Ja, ihr habt das ja schon mit den Bällen mitbekommen. Da gab's halt dann gleich mal fünf Superbälle oder so. Aber jetzt gerade nur ein Hyperheiler. Hier oben müsste es auch noch was geben, wo ich glaube, ich noch nicht war. Und zwar hier hinten. Hier hinten können wir ja dann einmal hier hochlaufen. Und kommen dann hier in diesen Raum. Und ich bin der Meinung, hier waren wir eben auch noch nicht drin. Ja. Genau. Aber das ist auch eine Sackgasse. Und da gibt's auch nochmal ein, zwei Itemboxen, die ich gern mitnehmen möchte, bevor ich dann in die Kanalisation runtergehe. Hier ist Endstation. Ich darf euch nicht durchlassen. Rasa Bibal. Also mit den Namen haben's sicher auch sehr, sehr viel Mühe gegeben. Also was hier teilweise für Namen rüberkommen, Bibal. Geil. Die hast du so noch nicht erlebt. So, gegen Kleinstein wäre natürlich jetzt eine Wasserattacke supergeil von Mantax. Aber ja, die haben wir halt leider noch nicht. Plätten wir trotzdem erst mal das Kleinstein, weil die Gesteinsattacke beziehungsweise eine Gesteinsattacke könnte meinem Mantax halt schon wehtun. Ja, hätten wir das auch gelöst. Sehr gute Nacht, Tara. Danke dir. Schneppke, das nächste Pokémon. Eispokémon, was sich ja zu Firnontor weiterentwickelt. Kennen wir aus dem letzten Pokémon-Projekt. Aus Pokémon Smaragd hatte ja Frosina gleich zweimal im Team. Und der Heuler. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Da der Kryptoschlag jetzt, glaube ich, physische Attacke ist. Naja, scheiß drauf. Was soll der Geiz? Ich hebe mir das Luturzel für den Schluss auf, weil so gefährlich erscheint mir das jetzt erst mal nicht. Ich hoffe, dass der Kryptoschlag jetzt reicht, auch trotz Heuler. Kann natürlich jetzt auch nicht reichen. Doch, Glück gehabt. Glück gehabt. Und damit auch Schneppke ausgenommen. So, hat die Raserin Biball. Die Krypto-Projekt. Auch sie hat einen Hummels auf jeden Fall. Aber auch das kein Krypto. Wieder Weißnebel von Luturzel. Ich weiß gar nicht mehr, was Weißnebel genau macht. Ich dachte, der... Die Dunkelnebel war, glaube ich, das, was alle Statusveränderungen zurücknimmt. Was jetzt der Weißnebel genau bringt. Puh, wie gerade überfragt. Manntags wieder im Furion-Modus. Der Gäner kommt gleich hinterher. Auf nach Tara. Das heißt, ich kann in der Runde jetzt Manntags rufen. In der nächsten Runde kann ich... Ähm... Mein nach Tara rufen. Super. Na, egal. Was soll's. Jo, damit hätten wir aber auch den dritten Krypto-Balken jetzt schon. Geleert. Vielleicht gibt's da jetzt auch schon die dritte Attacke. Ich hoffe so ein bisschen, dass es schon der Blubstrahl ist. Kann aber auch sein, dass es die Flügelschlag-Attacke ist. Wenn mich richtig erinnere, hat nämlich Manntags eben noch den Flügelschlag und die Blubstrahl-Attacke im Attackenpool. Ja, und er schläft nach Tara ein aufgrund des Gainers in der Vorrunde. Ja, aber leider Gottes auch noch keine weitere Attacke. Wow. Mit dem Volltreffer gewone-hitted. Geil. Danke, Manntags. Ach, ihr habt's geschafft. Was haben wir denn geschafft eigentlich? Aber die Queen wird nicht gegen euch verlieren. Ja, das hast du nicht zu entscheiden. So, schauen wir einmal hier nach rechts. Wie ist kein Item? Sehr gut, dann können wir direkt nach links weitergehen. Äh, äh, der will gar nicht kämpfen? Wir finden drei Hyperbälle. Warum will der Typ nicht kämpfen? Hallo? Euer Pech, hier ist Sackers und die Queen ist auch nicht hier. Der kämpft nur, wenn wir den ansprechen? Okay, vielleicht hatten die Angst, dass wenn er mich sieht, dass er dann sich so positioniert, dass er den Weg quasi blockiert und wir nicht dort hinterkommen. Und wollten das quasi damit verhindern. Und, ja, gut, ist halt so, ne? Auf jeden Fall, Manntags hat die nächste Attacke gelernt. Den Blubstrahl jetzt tatsächlich. Okay, gegen Luturzel bringt er mir natürlich gar nichts. Gegen Luturzel bringt er mir natürlich gar nichts. Weil Luturzel hat im Zweifel H2O-Absorber. Oder Regenguss oder, ne, Regenguss hat. Obwohl, kann Luturzel auch H2O-Absorber haben? Bin ich mir grad nicht sicher. Wenn ihr's wisst, könnt ihr's gerne in die Comics schreiben. Auf jeden Fall hat ja mein Manntags H2O-Absorber und der hat noch einen Luturzel. Hat der nur Luturzel? Keine Ahnung. Soll mir recht sein. Ja, Lockdurft senkt den Fluchtwert meiner beiden Pokémon. Ob das jetzt so sinnvoll ist, das zu machen? Sei mal dahingestellt. Ich glaub nicht, dass Luturzel jetzt hier irgendwelche Attacken auspacken kann, die jetzt so gefährlich werden für mich. Aber egal. Wir sollten auf jeden Fall dann nochmal heilen gehen, bevor ich mich in die Kanalisation aufmach. Das werd ich natürlich wieder Offscreen machen, weil den Weg kennen wir ja natürlich mittlerweile auch in und aus. Oh, tatsächlich hat der 4 Luturzel. Das ist wie dieser Trainer, den wir jetzt in der Smaragd-Edition hatten. Der Trainer, den wir in der Kristall-Edition hatten. Der Trainer, den wir in der roten Edition hatten. Ja, es gibt scheinbar in jeder Edition, Pokémon, Colosseum und XT jetzt mal ausgenommen, soweit ich das beurteilen kann. Gibt es überall einen Trainer, der der Meinung ist, ein Team mit 6 Carvadors. Das wär's. Das mach ich mir. Gibt's in jeder Edition einen? Ich weiß nicht warum. Er hat uns jetzt ein bisschen abgeändert. Der hat halt 4 Luturzel. Ja, ist jetzt... Nicht ganz so nervig. Aber bringt auch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte als die Carvadors. Die Carvadors, die... Die sind ja nicht nur... Die sind ja nicht nur scheiße. Ja. Ist ja nicht nur nervig, der Kampf mit 6 Carvadors. Nein, die Viecher bringen halt auch keine Erfahrungspunkte. Was ja bei Luturzel zumindest ein bisschen anders ist. Ja, Luturzel gibt ja zumindest ein paar Erfahrungspunkte. Und Luturzel hat 6 Beine. Warum auch immer. Vor allem, wenn sich Luturzel entwickelt, hat er dann immer noch 2 Beine, 2 Arme. Auch als Capalores. Aber in seiner ersten Stufe 6 kleine Stummelbeinchen. Ja, gut. Keine Ahnung, was mit den 2 passiert, die halt dann weg sind. Du bist echt stark, aber die Queen wirst du nicht so leicht besiegen. Hehe. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Treppenabgang zur Kanalisation wieder. Ich gehe fix meine Pokémon heilen. Ja, und dann geht es hier weiter. Und da sind wir auch schon. Jetzt geht es also runter in die Kanalisation. Den Rest haben wir jetzt alles erkundet hier unten. Ja, leider Gottes auch nichts zum Heilen. Ich glaube, das kommt erst später. Und hier haben wir auch schon die nächste Trainerin. Schauen wir mal, ob die das nächste Krypto-Pokémon hat. Hallihallo und willkommen an diesem Ort. Das ist doch mal eine nette Begrüßung von der Bikerin Natura. Oh, du Miesel. Oh, du Miesel. Das ist Krypto. Da bin ich mir zu 80% sicher, dass das ein Krypto-Pokémon ist. Ja. Joni erkennt das Krypto-Pokémon. Sehr schön. Und das Voltilam sollten wir schnellstmöglich besiegen. Weil, wie gesagt, die Elektroattacken, die schmecken meinem Mantax mal so überhaupt gar nicht. Aber zum Glück Voltilam jetzt nicht unbedingt das schnellste Pokémon. So, dass wir das da relativ fix lösen können. Wie gesagt, der Blubscher ist ja jetzt auch da beim Mantax. So, dass das doch recht fix geht. Und, da hat sie noch ein Tuscar. Da müssen wir aufpassen, dass Tuscar... Alter Schwede, ich hasse es. Dass Tuscar nicht mein Sianer so schnell angreift. Weil, ja, mit den Unlichtattacken hat es halt mein Sianer nicht so wirklich. Deswegen, wie gesagt, müssen wir dort schauen, dass wir auch das relativ fix ausgenockt bekommen. Und, ah, das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Natürlich, der Gäner. Der Gäner, das heißt, ich kann meinen Mantax jetzt zweimal ineinander rufen. Okay, zum Glück nur ein Absorber. Damit kann ich umgehen. Damit kann ich umgehen. So, Mantax rufen. Konfusion, machen wir das Tuscar fertig, ja. Und können uns jetzt quasi voll und ganz gleich dem... Du Miesel widmen. Dass er jetzt scheinbar nach und nach meine Pokémon einschläfern will. Diese Runde Mantax. Nächste Runde Psyana. Die Frage ist, ob ihr jetzt weiter in Gäner kommt. Ich kann es halt relativ easy lösen. Mit dem Rufen. Das finde ich auch echt cool gelöst im Spiel. Dass du halt einfach bloß deinen Pokémon rufen musst, ja. Und zack. Ist es eben wieder wach. Brauchst nicht irgendwie einen Hyperheiler, einen Aufweck oder irgendwas. Alter Schwede, verschwenden. Da habe ich Psyana ordentlich kassiert. Und ist jetzt auch noch eingeschlagen. So, also ob Psyana jetzt rufen, dass er wieder aufwacht. Die Frage ist, ob ich noch ein Bodycheck, dann ist mein Psyana, glaube ich, raus. Könnte ich natürlich jetzt eigentlich gar nicht gebrauchen. Aber wir haben einen Dummiesel jetzt schon im niedrigen Gänenbereich. Gäner, okay. Will meinen Psyana wieder einschläfern. Tja, ich würde sagen, ich wirfe schon mal einen Ball. Einen Superball. Wir haben ja sogar jetzt schon Hyperbälle bekommen. Relativ zeitig im Spiel, dass wir Hyperbälle bekamen. Aber wie gesagt, die Level sind halt auch schon relativ hoch. Und ich denke, ein Reflektor ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ist mein Psyana nicht mehr ganz so hart Schaden kassiert. Und da haben wir es. Du Miesel gefangen. Ich habe nicht mein Safestead gesetzt. Das war recht mutig von mir im Übrigen. Jetzt hat Natura ein Problem. Was? Was? Ich hätte gegen so einen starken Kämpfer siegen sollen? Das kann ja wohl nur ein Witz sein. Kommt jetzt hier gleich noch eine Trainerin? Oder gibt es jetzt hier die Heilstation? Die Heilstation und eine Speicherstation. Endlich muss ich nicht mehr den ganzen Weg zurücklaufen. Oh, tut das gut. So, die Frage ist jetzt... Okay, hier geht es nicht weiter. Dort hinten sind aber Kisten. Was soll ich denn dort hinterkommen? Vielleicht... Okay, ich muss vielleicht oben lang gehen, um eben tatsächlich dort hinterzukommen. Da hat irgendjemand die Brücke abgerissen. Tja, sowas kommt halt auch mal vor, ne? Ansonsten, gut, hier unten gibt es nichts mehr. Dann können wir uns jetzt diesem Skater widmen. Grant ist am Ende. Die Ära von D-Queen hat begonnen. Skater Alec. Tja, das hast du so nicht zu entscheiden, mein guter Lurturzel. Und Lombrero. Die Frage ist, ist das Lombrero-Prypto? Und kann mein Mantax jetzt den Flügel schlagen? Nö. Weder noch Mantax kann Bodycheck, aber kein Flügelschlag. Ist hier der Flügelschlag da in der Versteckung? Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Gut. Schalten wir erstmal das Lurturzel aus. Das schaffen wir definitiv innerhalb von einer Runde. Und dann widmen wir uns dem Lombrero. Natürlich schade, dass jetzt hier noch ein KP gefühlt übrig geblieben ist, ja. Und sonst hätte ich den Kryptoschlag schon mal auf das Lombrero wenden können. Naja gut, kannst halt nicht alles haben. Aber auch D-Queen ist nicht mehr weit. D-Queen dürfte nicht mehr weit sein, darf eigentlich nicht mehr lange dauern, bis wir tatsächlich bei ihm sind. Und ihm quasi die Hölle heiß machen können. Ui, ich hätte mit ein bisschen mehr Schaden gerechnet. Naja gut, die Konfusion ist halt jetzt auch keine allzu starke Attacke, na. Lombrero ist dann doch von Werten schon deutlich stärker als seine Vorstufe, als Lombrero. Und jetzt sehen wir es auch nochmal. Lombrero mit vier Extremitäten. Nur Turzeln ging, hatte ja diese sechs Stummelchen. Also keine Ahnung, was da mit den zwei Stummelchen passiert ist bei der Entwicklung. Die sind auf jeden Fall aber mal weg. Meine Pokémon, du! Tja. Ich fürchte, D-Queen kann abtreten. Okay, das ist der Erste, der jetzt nicht mehr an D-Queen glaubt. Na gut, schauen wir dann mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Für heute war es das. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein zu Pokémon. Kolosseum, bis dahin. Macht's gut. Ich bedanke mich dafür, es hat euch gefallen.